Heute müssen wir mal ein wenig Spieltalk betreiben, denn ich merke, dass immer noch sehr viele Kleinanleger an der Börse scheitern und sogar zu einem ganz großen Teil ihr Geld verlieren. Und das, obwohl wir ja eigentlich heutzutage fast kostenlos an Analysen von Experten drankommen. Wir bekommen auch regelmäßig Kaufempfehlungen oder Prognosen. Nichtsdestotrotz scheitern immer noch die meisten Menschen an der Börse. Ich selbst musste das, um ehrlich zu sein, auf die harte Tour lernen, denn obwohl ich jetzt eine Bankausbildung habe und auch schon sehr, sehr lange im risikorelevanten Kreditgeschäft bei einer Bank arbeite, ist es noch lange kein Freifahrtschein, um sofort an der Börse erfolgreich zu sein. Ich habe also am Anfang auch tatsächlich Geld verloren. Ich musste einige Sachen verstehen und anpassen und erst ab da ging es dann auch bei mir los, dass ich auch wirklich mittel- bis langfristig anfing, Geld an der Börse zu verdienen. Und genau das möchte ich jetzt heute einmal mit dir teilen. Es werden logischerweise jetzt meine persönlichen Erfahrungswerte sein, meine persönliche Strategie. Das heißt also, es muss auch nicht unbedingt für dich selbst funktionieren. Nimm also gerne dieses Video eher als Entertainment und nicht als Handlungsempfehlung wahr, denn es wird höchstwahrscheinlich nicht die Meinung des deutschen Mainstreams widerspiegeln, ein wenig kontrovers sein. Es wird wirklich nur meine persönliche Meinung widerspiegeln. Im Übrigen werde ich in diesem Video auch ein kurzes Update zu meinen Solar-Investments geben, also das heiß ersehnte Endphase-Update wird es in diesem Video auch geben. Und vielleicht wird auch der ein oder andere generell das Thema Investieren dadurch besser verstehen können. Meiner Meinung nach wird das wahrscheinlich mein wichtigstes Video in diesem Jahr sein. Sollte dir also wie immer dieser Content hier gefallen und weiterhelfen, dann kannst du mich jetzt komplett kostenfrei unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, diesen Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du auch weiterhin Up-to-Date und du kannst gerne mal deine Tipps mit der Community unten in den Kommentaren teilen. So, verschwenden wir wie immer keine weitere Zeit und fangen hier sofort an. Ich werde dir jetzt wirklich Schritt für Schritt erklären, wie ich es bisher mittel- bis langfristig immer wieder geschafft habe, an den Aktienmärkten Geld zu verdienen. Und der erste extrem wichtige Punkt ist Divisifizierung. Dieser Punkt wird nämlich vor allem in Deutschland sehr breit getreten und ich habe aktuell das Gefühl, dass entweder viele diesen falsch verstehen oder auch falsch anwenden. Hören wir nämlich immer wieder den Experten zu, dann haben wir immer wieder das Gefühl, dass wir extrem divisifizieren müssen. Also am besten in jede einzelne Asset-Klasse investieren, in Rohstoffe, in Aktien, in Kryptowährungen und auch in Immobilien. Dann innerhalb dieser Asset-Klasse noch in verschiedene Branchen einsteigen und dann am besten natürlich noch in einzelne Unternehmen. Und erst dann sind wir perfekt divisifiziert. Hier gibt es wie so oft im Leben natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Und vor allem bei einzelnen Investoren können irgendwann die Nachteile, die Vorteile auch deutlich überwiegen. Durch zu starke Divisifikation könnte man sogar Geld verlieren. Generell ist es ja so, dass die Divisifikation bzw. die Risikostreuung auch irgendwann einen Zeitpunkt hat, ab dem dann die Divisifikation keinen Sinn mehr macht. Das heißt, die Vorteile werden dann nicht mehr eintreten und einzelne Investoren erhöhen sogar danach ihr Risiko. Warum, weshalb, werde ich dir jetzt hier ganz genau erklären. Um das jetzt einfach mal simpel zu gestalten und hier einfach ein Beispiel zu nehmen. Viele von euch wissen ja, ich arbeite in einer Bank. Ich muss tagtäglich Unternehmen analysieren. Deswegen ist es auch naheliegend, dass ich zum Beispiel in diesem bestimmten Sektor, also bei dieser Asset-Klasse, dann um einiges fitter bin als zum Beispiel bei Rohstoffen. Und jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken. Ich habe sogar zum Beispiel bei mir einige Kollegen, die verstehen diese Art Branche besser als eine andere Art Branche. Und so spielt man sich die ganzen Sachen zu, je nachdem, wofür man sich interessiert bzw. je nachdem, wo die eigenen Stärken liegen. Deswegen macht es meiner Meinung nach auch nicht wirklich Sinn, sich so extrem zu streuen, dass man in jede Asset-Klasse, in jede Branche investiert, wo man auch tatsächlich kein Experte ist. Und dann auch sich diesem Risiko dort aussetzt, dass dort irgendetwas passiert, was man selbst nicht verstehen kann und danach auch nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll. Ich werde dir übrigens gleich auch nochmal erklären, warum es so wichtig ist, sich eher auf die Branchen zu konzentrieren oder auf die Asset-Klassen zu konzentrieren, wo man sich selbst am wohlsten fühlt. Denn der nächste extrem wichtige Punkt, warum die meisten Menschen immer noch an der Börse scheitern, ist meiner Meinung nach gar nicht die Fähigkeit, wie gut man Unternehmen analysieren oder bewerten kann, sondern vielmehr, wie gut man Narrative an den Märkten verstehen kann und wie gut man auch rationale Entscheidungen treffen kann. Ansonsten müsste man ja annehmen, dass all meine Kollegen schon längst Millionäre sind und auch die ganzen Hedge-for-Manager müssten längst Millionäre sein und die ganzen Leute, die uns Kaufempfehlungen immer wieder bei den verschiedenen Brokern erstellen, müssten Millionäre sein, aber das ist ja nicht der Fall. Und ich kann euch versichern, rational zu bleiben an den Märkten ist deutlich schwieriger, als man vermutet. Vor allem, wenn man sich tagtäglich mit diesem Thema befasst. Ich selbst bin da immer noch nicht fehlerfrei. Ich werde dir auch gleich einige Beispiele zeigen, damit du auch wirklich nachvollziehen kannst, was ich damit meine. Daher lasst uns auch keine weitere Zeit verschwenden und hier sofort mit dem ersten Beispiel beginnen. Ich habe hier einige Beispiele vorbereitet, die wir uns gleich gemeinsam anschauen werden. Ich werde dazu auch noch einiges sagen. Es gibt aber zigtausend Beispiele, kannst du natürlich auch tausend andere Investments dir anschauen und die sehen alle genau gleich aus. Also wie vorher schon erwähnt, ist es extrem wichtig, das Narrativ an den Aktienmärkten zu verstehen, denn immer wieder, wenn du dich jetzt wirklich nur auf die fundamentalen Daten, nur auf den Chart oder auch nur auf die Bewertungskennzahlen verlässt, dann wirst du definitiv nicht schaffen, an den Märkten Geld zu verdienen, zumindest langfristig nicht. Und hier sehen wir zum Beispiel, Nvidia ist ein super Beispiel dafür. Seit dem Tief aus dem Jahr 2022 bis jetzt hat die Nvidia-Aktie mittlerweile schon 400% zugelegt. Davor konnten wir aber zum Beispiel beobachten, dass die Nvidia-Aktie hier einen extremen Einsturz hatte und das, obwohl das ja ein sehr, sehr großes Unternehmen ist. Die Nvidia-Aktie ist hier tatsächlich um knapp 70% eingebrochen und super, super viele Menschen sind hier ausgestiegen, haben angefangen zu verkaufen. Warum? Weil sie das Narrativ mit der künstlichen Intelligenz bzw. generell mit der Entwicklung der Technologie noch nicht so ganz gegriffen hatten. Wir hatten hier nämlich zeitweise nicht nur diesen Absturz im Aktienkurs, der natürlich schon viele Leute emotional belastet hatte und deswegen haben natürlich viele auch angefangen hier dann ihre Anteile zu verkaufen, sondern wir hatten während dieser gesamten Zeit noch super schlechte Nachrichten zu Nvidia und während dieser Zeit sahen die fundamentalen Daten von Nvidia nicht wirklich positiv aus. Also es ging wirklich bei den fundamentalen Daten die ganze Zeit nach unten, die Lagerbestände wurden höher, die Nachfrage war einfach nicht vorhanden und man hätte hier tatsächlich auch glauben können, wenn man sich wirklich sehr intensiv mit Nvidia beschäftigt hätte, dass es das Ende für Nvidia ist und es wird nie wieder nach oben gehen. Wir haben aber hier definitiv ein langfristiges Narrativ, dass künstliche Intelligenz und Technologie weiterhin sehr wichtig sein wird und deswegen hätte man eigentlich diese Phase nutzen können, um weiter die eigenen Kurse zu verbilligen. Ich habe ja auch eine sehr simple Strategie, die ich schon verraten hatte und mit dieser Hilfe, mit dieser Strategie hätte man hier tolle Kurse erwischen können, um dann am Ende hier zum Beispiel im Plus auszusteigen. Übrigens, nur weil wir jetzt hier bei Nvidia hier oben sind, heißt es nicht, dass der Aktienkurs hier nicht jederzeit wieder nach unten fallen sollte. Langfristig wird aber meiner Ansicht nach die künstliche Intelligenz, also das Narrativ der künstlichen Intelligenz auch weiterhin bestehen bleiben. Man sollte vielleicht an der Stelle auch einfach mal verstehen, Menschen wollen sich immer Sachen erklären, das heißt, egal was wir uns anschauen, wir wollen immer eine Begründung für etwas haben und deswegen versuchen wir es natürlich hier anhand einer Chartanalyse, anhand von fundamentalen Daten, anhand von Bewertungskennzahlen uns das Ganze irgendwie zu erklären und sollte zum Beispiel ein Investment irgendwie ausbrechen, zum Beispiel bei den Bewertungskennzahlen, wie wir es gesehen haben bei Tesla, dann auf einmal nach oben gehen, dann sagt man, die Märkte sind ja irrational, die wissen gar nicht, was da abgeht, ist viel zu teuer, dann geht irgendein Investment nach unten, dann sagt man, ja gut, die Märkte sind jetzt aktuell auch irrational, weil das Investment ist zu gering, am Ende geht es eigentlich immer wieder nur um Narrative. So verstehe ich das zumindest und deswegen bitte ich euch auch immer wieder meine Analysen eher als Entertainment hinzunehmen, als einen Anreiz, damit ihr euch selbst mit diesen einzelnen Unternehmen beschäftigt oder Assets und euch dann eure eigene Meinung zu diesen verschiedenen Investmentmöglichkeiten bildet. Das zweite Beispiel, was ich dir hier auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist einmal Meta, das sind natürlich jetzt hier einmal sehr bekannte Beispiele, wir werden auch gleich mal ein paar unbekannte Beispiele durchgehen, aber auf jeden Fall bei Meta ein sehr, sehr ähnliches Szenario. Mark Zuckerberg hatte sich dazu entschieden, einmal in Richtung Meta das Unternehmen hinzubewegen, danach ging der Kurs wirklich gewaltig nach unten und wir haben hier jetzt auch nicht ein kleines Unternehmen, sondern ein riesengroßes Unternehmen. Um 80% ist das Unternehmen in den Keller gefallen, das ist schon wirklich krass. Während dieser gesamten Zeit, die Nachrichten waren schlecht, die fundamentalen Daten waren schlecht, der Chart war schlecht, Also egal, was ihr euch angeschaut hättet, egal, was ihr analysiert hättet, ihr hättet quasi immer wieder feststellen müssen, nee, Meta ist jetzt ein schlechtes Investment, also das wäre die Quintessenz des Ganzen. Aber hättet ihr das Narrativ verstanden, hättet ihr das Narrativ der Metaverse verstanden und verstanden, dass tatsächlich Meta jetzt nicht sofort hier verschwinden wird vom Markt, sondern eigentlich nur ein paar Hebel ansetzen muss, um dann doch wieder Geld zu generieren, dann hättet ihr hier die Chance nutzen können, Kurse zu verbilligen, um dann hier auf dem Weg nach oben wieder zu profitieren. Aber Nvidia und Meta sind natürlich nicht die einzigen Beispiele. Es gibt ohne Ende Beispiele aus verschiedenen Branchen, bei verschiedenen Unternehmen, wo man sich dann anschauen kann, okay, die fundamentalen Kennzahlen, die sehen ja wirklich nicht so gut aus und auch die Nachrichten, die man dazu liest, sehen auch nicht wirklich gut aus und der Chart ist bärisch, wo man dann glaubt, okay, das war's. Wenn man dann aber das Narrativ dahinter verstanden hätte und wüsste, okay, in zwei bis drei Jahren wird sich die Meinung der Menschen ändern und dementsprechend wird die ESSEL-Klasse wieder nach oben steigen, dann hätte man auch durchaus damit Geld verdienen können. Ich erinnere mich zum Beispiel auch sehr gut an die Pandemie im Jahr 2020. Damals hatten wir ja natürlich das Problem, dass keiner Öl gebraucht hatte. Wir hatten ja überall Lockdowns. Deswegen sahen wir zum Beispiel, dass viele Ölunternehmen auf einmal in den Kursen abgestraft wurden. Es wurde immer wieder Panik verbreitet. Die meisten sprachen von Insolvenzen. Wir sahen auch zum Beispiel, dass Airbus und Boeing in den Kursen extrem litten, aber mit einem normal logisch denkenden Verstand hätte man ja eigentlich darauf kommen können, dass das Narrativ der fossilen Energieträger und auch zum Beispiel von Airbus und Boeing noch nicht am Ende ist. Also da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ich hatte deswegen auch in Shell und Exxon investiert, wissen ja auch viele, und habe das Ganze einfach nur abgewartet und ausgesessen. Und siehe da, die Kurse sind danach dann natürlich logischerweise wieder gestiegen und jetzt ärgern sich die meisten Menschen, weil sie diese günstigen Kurse dann nicht ergriffen hatten. Daher sollte man auch meiner Meinung nach akzeptieren können, dass man zum Beispiel auch mal keine guten Kurse erwischt. Man sollte definitiv immer versuchen, die Märkte zu timen und versuchen mit Chartanalyse, Bewertungskennzahlen und so weiter und so fort, versucht, gute Kurse zu erwischen. Es macht ja keinen Sinn, einfach nur blind irgendwo sein Geld zu investieren, einfach so einen Datenpfeil reinzuwerfen. Man muss schon versuchen zu zielen und zu treffen, aber man soll dann auch akzeptieren können, wenn man vielleicht mal nicht in die Mitte trifft, sondern ein bisschen daneben und man versucht dann immer ein Stückchen besser und besser zu werden. Man sieht aber auch an voll vielen Beispielen, auch zum Beispiel bei sehr bekannten Leuten, Bill Ackmann, einer der besten Investoren überhaupt, hat auch oft den Markt perfekt getimt, aber auch, dass dieser die Zukunft nicht vorhersagen kann. Dieser kann auch nicht alles timen. Er hat nur langfristig ein Narrativ bei Chipotle zum Beispiel verstanden, hat hier das erste Mal investiert. Hier gab es so viele negative Nachrichten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das wurde so gehatet, auch die Zahlen, die Umsatzzahlen sahen einfach nur noch katastrophal aus. Man hatte einfach Angst, dort sein Geld zu platzieren. Vor allem als Kleinanleger hätte man dort wirklich Angst gehabt. Während dieser Gesamtzeit ist dann der Kurs eingebrochen. Er hat investiert, dafür wurde er tatsächlich in einigen Interviews sogar verpönt. War schon lustig, die Aktienkurse sind ein bisschen gestiegen, sind danach noch deutlich stärker gefallen. Also wenn wir uns das einmal anschauen, dann muss man sagen, man muss hier Nerven aus Stahl gehabt haben. Innerhalb dieses Zeitraums von 2015 bis 2018, drei Jahre lang, ist der Kurs nur nach unten gefallen und ist um knapp 70% eingestürzt. Und insgesamt bis 2019 von 2015, also vier Jahre lang, hat es gedauert, wenn man jetzt hier nur eine einzelne Tranche eröffnet hätte, bis man den gleichen Kurs wieder erreicht hätte. Also das ist schon wirklich der reine Wahnsinn. Schauen wir uns aber jetzt die Entwicklung weiterhin an, dann sehen wir auf einmal ein unglaubliches Szenario. Hätte man dieses langfristige Narrativ verstanden, dann würde man diese Phase, diese Seitwärtsbewegung, die ja natürlich in absolut komplett tiefen Kursen sich bewegt, dann nutzen können, um zum Beispiel die eigenen Kurse komplett zu verbilligen und hätte hier eine extreme Rendite mitnehmen können. Nichtsdestotrotz, selbst wenn man jetzt wirklich einfach nur einmal blind dort im Allzeithoch Geld reingetan hätte, hätte man jetzt über diesen Zeitraum immerhin 208% Rendite machen können, was immer noch sehr, sehr stark ist, nutzt man zum Beispiel diese simple Strategie, die ich selber immer wieder ja hier anpreise, also Dollar Cost Averaging, deswegen, weil man die Liquidität optimieren muss, muss man sich auch für bestimmte Investments entscheiden, denn man kann natürlich nicht Dollar Cost Averaging mit einem begrenzten Budget bei 300 Aktien machen, das funktioniert leider nicht, aber hätte man hier zum Beispiel einen anderen Kurs dann dadurch erwischt, dann hätte man auf einmal eine Rendite von 500% haben können. Also es ist wirklich der Wahnsinn und das muss man einfach als Kleinanleger verstehen, dass es hier langfristig um Narrative geht und diese Bewertungskennzahlen, fundamentalen Daten oder auch die Chartanalyse sich kurzfristig ganz anders entwickeln kann. Und damit kommen wir auch schon zu meinem Enphase Update beziehungsweise zu meinem Solar Update. Wir beziehen das jetzt einmal hier einfach nur auf den Chart von Enphase, aber wenn die dann steigen, weil sich insgesamt das Narrativ wieder verändert, dann werden logischerweise auch alle anderen Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, davon profitieren können und auch in den Kursen steigen. Wir sehen auf jeden Fall, dass der Absturz hier schon wirklich sehr, sehr krass war. Wir haben aktuell ungefähr minus 70% auf dem Chart. Sieht charttechnisch, habe ich auch schon sehr, sehr oft gesagt, immer noch sehr bärig aus. Ich persönlich bin ja irgendwo hier eingestiegen, also ich war quasi knapp davor im Plus zu sein, bevor der Kurs dann wieder turnaroundet hat, wobei ich selbst auch damit gerechnet hatte, dass wir turnarounden werden. Warum? Wenn wir uns die Chartanalyse anschauen, dann sehen wir hier, das waren signifikante Level, die vorher immer wieder als Support fungiert hatten. Dementsprechend war die Wahrscheinlichkeit schon vorhanden, dass das auch wieder als Resistance fungieren wird. Aktuell, wenn man sich auch zum Beispiel für Elliot Waves und Fibonacci Retracements interessiert, könnte es durchaus sein, dass wir uns aktuell in einer 5-welligen Impulsivbewegung nach unten bewegen. Also entweder ist das hier jetzt die letzte, 5. Welle, bevor es dann erstmal wieder nach oben geht, oder es kann auch durchaus sein, dass wir hier schon zwischendurch 5 Wellen hatten. Dazu habe ich mich zig Analysen durchgeschaut. Also im Grunde genommen kann man eine Münze werfen, ob das jetzt das Bottom ist oder das neue Bottom noch kreiert wird. Denn es könnte auch durchaus sein, dass wir hier quasi 1, 2, 3, 4, 5 jetzt nach oben haben und das jetzt der Turnaround sein wird bei dieser Aktie. Das Narrativ bei Solaraktien, beziehungsweise bei Enphase, muss man natürlich an dieser Stelle verstehen. Denn wenn man das nicht versteht, dann könnte man auch durchaus in Panik geraten und schlechte Entscheidungen treffen. Denn der Hauptgrund, warum wir jetzt aktuell zum Beispiel beobachten können, dass Enphase immer noch im Aktienkurs so stark schwächelt und hier so stark nach unten eingebrochen ist, sind logischerweise die Zinsen in den USA, beziehungsweise generell die hohen Zinsen in der Welt, wenn man sich das einfach mal alles anschaut. Und wir wissen alle, dass Solaranlagen hauptsächlich finanziert werden und wir konnten jetzt sehen, dass diese hohen Zinsen dann auch wirklich Auswirkungen auf die Nachfrage hatten. Und deswegen haben wir jetzt aktuell hohe Lagerbestände bei vielen Solarunternehmen und daher sinkt tatsächlich auch der Umsatz. Viele machen sich jetzt logischerweise Sorgen und haben Befürchtungen, dass das für immer jetzt bestehen bleibt, dass die Leute sich nicht mehr für Solar interessieren werden. Ich sehe das immer noch ganz anders. Langfristig sehe ich den Trend von Solar immer noch sehr positiv. Das Narrativ der erneuerbaren Energien hat sich für mich noch nicht verändert. Ich denke, sobald wir sehen, dass die Zinsen gesenkt werden, werden wir dann in den darauffolgenden Quartalen auch sofort den Effekt davon merken, dass immer mehr Leute sich dafür entscheiden, das zu finanzieren und dann werden wir sofort höhere Umsätze, höhere Gewinne sehen und die Aktienkurse werden dementsprechend auch profitieren. Wir konnten hier zum Beispiel zwischendurch bei Enphase schon bemerken, dass seit November bis jetzt quasi Dezember der Aktienkurs sehr stark angestiegen war, obwohl sich ja nichts verändert hatte an den Aktienmärkten. Das muss man ja hier berücksichtigen. Die Quartalszahlen waren da schon raus. Wir wussten schon, was hier abgeht und zwischenzeitlich ist nicht wirklich etwas passiert. Nichtsdestotrotz ist der Kurs hier, wenn man sich das einfach mal anschaut, um unglaubliche 89, 90 Prozent gestiegen. Hier muss man natürlich auch berücksichtigen, Enphase wie viele andere Solarunternehmen ist natürlich in der Marktkapitalisierung sehr klein. Das heißt, man braucht auch nicht wirklich viel Liquidität, um den Kurs zu bewegen. Generell bei diesen kleinen Marktkapitalisierungen, bei diesen Unternehmen ist es durchaus üblich, dass die dann zwischendurch so stark einbrechen. Also wenn ihr euch das hier zum Beispiel mal anschaut, das ist ja auch nicht so lange her, da war Enphase mal kurz 60 Prozent eingestiegen, ist danach gebounced und hat hier die neuen Allzeithochs wiedergebildet. Also es ist tatsächlich bei diesen Marktkapitalisierungen gang und gäbe. Wenn man das natürlich nicht aussitzen kann über ein paar Jahre, dann sollte man auch nicht in solche Unternehmen investieren, ganz klar. Ansonsten wird man hier nicht glücklich werden. Aber ich glaube, wenn man sich das einmal anschaut, weil hier wie gesagt nichts zwischenzeitlich passiert ist, man hat nur an den Märkten angenommen, dass Zinsen gesenkt werden in diesem Jahr und schon ist der Kurs so stark reagiert oder hat so stark reagiert, gehe ich natürlich davon aus, dass wenn die Zinssenkungen dann tatsächlich stattfinden und wenn wir dann auch echte Effekte in den fundamentalen Daten sehen, dass das Narrativ so richtig kickt und die Aktienkurse wieder nach oben gehen. Deswegen werde ich auch hier weiterhin Chancen nutzen, wenn ich attraktive Kurse sehen werde. Dann werde ich hier auch nochmal verbilligen. Das letzte Mal hatte ich ja zum Beispiel genau hier im Bottom gekauft. Wie viele von euch wissen, hatte ich natürlich auch unter anderem Glück. Und genau das werde ich jetzt auch weiterhin tun, das Jahr 2024. Denn ich sehe es so, dass spätestens 2026 wir hier mit Enphase diese Allzeithochs wieder durchbrechen werden. Also das ist jetzt aktuell meine These, dass ich spätestens 2026 und das ist mein absoluter Worst Case dann im Plus aussteige. Es kann sich aber jederzeit an den Aktienmärkten alles ändern und wie ihr seht, wie schnell hier die Kurse teilweise reagieren. Das kann natürlich auch durchaus sein, dass das auch alles nach vorne vorgezogen wird, je nachdem, wann die Zinsen gesenkt werden, je nachdem, wann sich die Umsatzzahlen stabilisieren und wir dann auch merken, dass das Narrativ der erneuerbaren Energien und Solar an den Aktienmärkten wieder so ein bisschen entspannt. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen was für dich mitnehmen können und gehst auch generell das Thema Investments auch ein wenig entspannter an. Man muss ja einfach verstehen, dass diese Volatilität oder auch teilweise diese langen Zeiträume, in denen man sich im Minus befindet, man auch bereit sein muss, als Kleinanleger auszusitzen. Ich bevorzuge es deswegen auch, nicht zu stark zu divisifizieren, damit ich halt noch Liquidität habe, während wir sehen, dass die Kurse so nach unten fallen, dann eben noch zu verbilligen. Dann ist es auch einfacher, dann wieder im Plus auszusteigen. Hier muss man natürlich berücksichtigen, dass man im besten Fall halt nicht in Unternehmen investiert, die dann Insolvenz anmelden müssen, weil ansonsten ist das Geld komplett weg. Deswegen schaue ich mir immer wieder die Bilanzen an, einfach nur um zu wissen, wie sind die denn aufgestellt von der Eigenkapitalquote? Haben die Cash? Sind die gut aufgestellt, dass die auch eine Rezession überstehen können? Das ist mein persönlicher Ansatz, aber da musst du selbst entscheiden, wie du da vorgehen möchtest. Im Grunde genommen ist es vollkommen normal, dass nichts in einer Linie nach oben steigt. Bitcoin ist auch zum Beispiel ein guter Beweis dafür. Bitcoin ist teilweise um 80, um 90 Prozent eingestürzt. Viele Leute haben immer wieder gesagt, der Bitcoin ist tot, der Bitcoin ist tot, bis heute wird das behauptet. Alle Leute, die sich dafür entschieden hatten, dort zu investieren, langfristig zu investieren, und zum Beispiel Dollar-Cost-Averaging betrieben hatten, haben jetzt verdammt viel Geld und sind sehr, sehr glücklich. Und genau das versuche ich den Leuten hier ein bisschen beizubringen. Nichtsdestotrotz ist es nur meine persönliche Strategie, meine persönlichen Erfahrungswerte, die ich einfach nur mit dir teilen wollte. Wenn du eine andere Strategie hast oder andere Erfahrungswerte gesammelt hast, dann bleibt am besten dabei. Man soll einfach niemals ein System verändern, was für jemanden oder für einen selbst am besten funktioniert. Ich mache immer das, was für mich funktioniert, und du solltest auf jeden Fall immer das machen, was für dich funktioniert. Ich hoffe, wie immer, ich habe jetzt hier nicht zu viel gelabert, das Video hat dir geholfen und gefallen, dann kannst du mich sehr gerne kostenlos unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, diesen Kanal abonnieren mit Glocke, und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.